Die Einheimischen nennen den Berg Re di Pietra, den Steinkönig. Eine Reise zwischen Himmel und Erde. Dass ich immer im Hinterkopf gehabt habe, dass man da wieder runter muss von dem Berg. Je höher wir gekommen sind, ist das aber in etwas viel Ernsteres umgeschlagen. Die Einheimischen nennen den Berg.